Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Tag 27, die vorletzte Challenge. Ich bin super gespannt. So, das sind die letzten zwei. Ich nehme die. Heute wird es... ...Bindungen. Bindungen. Okay, ich bin gespannt und überlege mir was dazu. Meine erste Bindung ist eine chemische Bindung, nämlich Salz. Salz besteht aus zwei Elementen, zwei Chemikalien, die zusammen Salz ergeben. Und deswegen ist das für mich eine Bindung. Und deswegen habe ich die hier fotografiert. Aber dann hörte meine Oma Bindungen und sie meinte so, es ist doch viel schlauer, was anderes zu nehmen. Also, ein kleiner Shoutout an meine Oma. Ihre, die nächste Idee kam von ihr. Sie meinte, Bindungen ist doch was wie Ehe. Zwei Ringe, zwei Leute, die heiraten. Also Eheringe oder halt Ringe, die für eine Bindung stehen. Und Ringe binden ja auch etwas aneinander, wenn man an eine Kette denkt oder so. Und deswegen kommen jetzt hier die Regeln. Und mein finales Foto ist folgendes. 3 Strach publication 4 jetzt An 1 Untertitelung des ZDF, 2020